hallo und herzlich willkommen zurück zum let's play von last epoch ja ich habe jetzt kann noch mal ausprobiert ich habe ob jetzt gestartet an last epoch und das hat gelegt das ist irgendwie ein problem mit dieser unity engine und jetzt habe ich lange gebraucht habe mal ein paar options grafiks sachen runtergestellten und beide und ich hoffe alles ist und es geht aber ich habe ob es ausgemacht noch mal angemacht eben so jetzt ja ich liebe es alles auf maximus zu haben vielleicht die siege golems bald ja und was steht hat eben nicht es steht immer nur wenn ich bin ja noch ist dann gleich gleich passen aufgepasst ein eis das bemerkt man meist nicht und wir machen jetzt ein bisschen vorwärts weil der patch ja bald erscheint das haben wir heute das heißt am freitag den tippein es wurde so angekündigt also ich freue mich jetzt einfach vorwärts zu machen wir haben ja nur noch 3 8 wenn wir jetzt hier noch an für mich ist es halt manchmal schwer da ganz oben zuerst mal lesen die sind meistens so kurz und dann hat man niemanden die zeit damit keine zu lösen diesmal eher das was unten vielleicht einfach wegen dem zeitlich bemerkt dort steht kapitel kapitel ähm nur das ja ok hier geht es überall immer wieder so die bosse aufpassen aber der bild ist so hier jetzt gerade was sind wir denn für ein level ähm 48 noch 2 level bis zum gehör sehr gut es ging schneller als ich gerade dachte man erreicht erst wie spät genau das ist ja dieses teil gewesen in 5 nacht ob wir den anderen getroffen haben können wir einfach mal schauen und ähm da ist das auch ziemlich mit erstmal das ist ein bedienst boss ähm spray damage ähm ob ich dann bald mal ich glaube es gibt noch Arcanism dann später ich glaube es gibt noch Arcanism dann später Player update so werden wir ja dann äh also ich soll mich nicht jetzt müssen naja hm ok das ist das schon mit goldenen namens oder vielleicht ja gewinnen diste ja hier kann ich die richtige bosse oder die richtige bosse aber ich kann den richtigen boss mehr geben also ich was ins gerade war schwierig oder was ist Das ist ja unbedingt so, wie soll man es sagen? Ich würde es so einigstörechen. Ja. Das ist nicht immer so toll wäre und dann anfangen. Ich habe immer eine Mühe gezahlt. Äh, wenn... Ja. Ja. Warte auf, weißt du? Äh, ja auch. Wir können alles haben. Ich sage diese. Gern an. Fängel. Fängel. Fängel in. Fängel in. Fängel in. Fängel in. Fängel in. Ich werde es gleich machen. Ähm, dwich mal drüben. Zuerst muss ich ja mal... ...aufnahmen machen. Wie ich habe es angekündigt, endlich.... ...dauer fag schon. Bis recht! Na ja Aber ich bin jetzt gerade momentan in... Ich habe es ja umgestellt von R nach E. Gut, jetzt erreichen wir den Rest. Ich nehme eine Anzeige an. In E. Bevor das Gaming erfunden wurde. Ich weiß nicht, aber es ist heiß. Nicht so. Ich habe einen Siege-Golem. Ja, ist er. Okay, der war easy. Wir sind schon so. Was krass. Ja, ich finde irgendwie mindestens. Was denn? So übermächtige Bates habe ich gar keinen Bedarf. Das kann man nicht durchgehen oder so. So einfach haben. Einfach richtig. Wir können wirklich dann in den Maps und in den Factions dann befreitet haben. Dungeons kommen ja eigentlich. Ich weiß nicht. Wir kommen ja dann am 10. Dezember. Wie der Glatz. Ich sehe, dass du hier den Rabbel auslösst. Ich bedanke dich für deine Arbeit. Ich habe mich... ...aktiviert. Wir werden mir einfach... ...arbeit für dich. ...eben an. Der Fist. Der Bist. Penetration ist... Ist auf Fysisch, ist auf Gold und auf andere. So, wir gehen jetzt... Ja, sehr gut. Ich habe vergessen, hier auch noch reinzugehen, wenn ich selbst schaue. Ja, das wird eine Questionscape. Habe ich mir noch in Erinnerung? Ich werde mir auch ein bisschen müde bin, tut mir leider. Aber sehr wenig schlafen. Und jetzt halt noch meine Leistung, dann spät. Gut, ich muss jetzt aber in zwei Folgen noch aufnehmen. Ich kann mich einfach... ...ehm... ...planen. Ich warte noch ein bisschen länger. Je nach... ...machen kann. Da hingehen. Gehen wir das nicht. Ja, mein Körper ist schon zu fit und das macht einfach zu... Ja... Kräfte einrücken. Ja... Damit er verpassen kann. Ich weiß nicht, was das bei einem Kringeln ist hier, aber... ... wird ihn gebraucht. Oder wenn wir rauszumachen müssen. Okay, der war auch ziemlich... ...dem ist es nicht schade, dass ich... Äh... ...nein... ...ist aber eher für den... ...und... Sehr gut. Also, den haben wir besiegt. Der hat wahrscheinlich... ...diese Part... ...rum... ...eingenommen. Er war auch einer der... ...ersten Bosse. Ihn klein. Da war ich... ...also... ...nein... ...oder... ...auf eine gleiche Rasse. Und den nächsten Part gesehen, vom... ...und, als Player... ...sonsten... ...ein... ...ja... ...die ich erst spät gestrahlt... ...und... ... garnicht, garnicht. ...nach kann... ...nach... ...was ich jetzt gerade gar nicht mehr... ...so... ...die Kopf... ...ja... Einen Bären hätte ich nicht gedacht. Das ist aber gut verteilt. Die Gegner sind schön verteilt. Das ist etwas. Jetzt kommt er. Ich freue mich riesig auf das Update. Ich werde natürlich R-Bades zeigen. Einen Bade mache ich ja, wie ich es gerade leise. Und das ist, ähm, King Souls. Ein Feuer. Einen Unique. Zeigen. So, wenn wir jetzt hier ins neue Gebiet gehen und kommen. Ähm. Wollen wir? Ach es? Ach es? Ach es. Ach es? Schockig. Ich darf einen Ahrputz. Auf der Schock heißt es, dass es nur auf einem Erbeben ist. Heißt das eigentlich auf deutsch? So ein Bodenwirbel. Erbeben. So, haben wir jetzt hier den Akt. Vielleicht wollen wir eine Quest machen. Gnade hieb. So, der immer hier oben. Der Finale ist immer noch die Anzeige. Okay. Oh. Was ist der Ombau? Hi Dog. Ich hab den Haarton. Okay. Okay. Ist ein. So. Aber die Anzeige ist nicht. Also das Mana geht schon viel besser. Aber ich muss. Das geht schon lange. Bis mal. Ähm. Ähm. Mana wieder ignoriert. Ich muss einfach schauen. Ich muss einfach schauen. Gegen Busse natürlich. Äh. 1. Horn. 2. 1. 2. 2. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 5. 4. 5. 6. 5. 19. 10. 5. heißt wenn es doch eigentlich und nein flurry heißt aber wenn es ein schweren kampf ist müssen gucken ja und dann möchte ich vielleicht auch später noch weiter machen aber da war das hatten wir schon Ich habe nichts, das war einfach noch nicht. Ja, machen wir natürlich für 1.8. Ah, probiere ich nicht. 21 Prozent, ey. Das ist schlecht. Ja, probieren. Na ja, ist doch gut, ey. Die Daten ist jetzt nicht 21 Prozent besser. Gut, selber zu. Ich sammle jetzt einfach ein paar Items. Jetzt machen wir eigentlich selber keinen Schaden. Ja, genau dann. Fast speed. Wenn sie so. Dann. 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 Also ihr seht, der Schwierigkeitsgrad hat sich nun geeignet. Ich bin dieses Kölzer eines der fälligsten. Ok, und auf 8, 8 war ich nicht so. Ganz klar, er ist scheinbar nicht. Manche Posten machen und sind noch nicht gerade so gut. Ok, das ist ein Kölzer, wo man guckst soll. Ah, ich glaube hier ist noch der Rest hier. Hier haben wir noch einen Griff gefunden mit Minim Damage. Guck mal. Guck mal. Viel Hilfe, weiß ich nicht. Da auch ich bin. Hier ist nämlich irgendwo einer Hand. Ja, müssen wir ein bisschen länger in diesem Gebiet sein. Aber sonst müssen wir später dann nochmals zurückfinden. Auch wenn... Da muss ich merken, dass ich gegen eine neue Zeuge sind. So, gegen eine neue Zeuge sind. Ja gut. Den habe ich nicht. Hallo. Hallo. So, der Mail, dass wir ein paar Gegner töten. Also, wir müssen zurückkommen. Also, wir müssen zurückkommen. Oh, ja. Oh, ja. Da ist jetzt ein Update. Okay. 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 Da ja. Wir müssen zurückkommen. So, Level 20. Wunderbar. Also. Ist das Hot? Für jeden Fall. Hm. Ja, ich möchte vielleicht noch einsurpassen. Na, da haben wir lieber hier. Ja, das sind meine Schuhen. Okay. Okay, das sind sehr viele. Also, ein Gungon. Und hier gehen wir einfach ab. Alli Damage. Gut, das ist jetzt nicht... Geht geil, weil... Gut, weg, bald wird. So, also... Das Tier wirklich... Größen ist. Jetzt kommen wir wieder. Aus der Speed, aber der Speed. Okay, ja, wir verlieren noch Mana, aber... Sehr gut, jetzt muss ich ihn tot kosten. Diese Teile immer einsam. Ja, wie... Ja, es ist reich. Ach, denn wir finden noch irgendwas. Das ist reich. Ja. Ja, leider sind die Mana-Probleme damit gegessen. Ja, okay. Komm. Oh, dich verdammt dann mal nicht mehr. Ach so. Fass. Also, so mit dem Gürtel kommen wir... Da kann man einfach ein bisschen... Tasten drücken, bevor man... Tasten drückt. So. Mehr Mana. Was man kann, ist Mana-Stacken. Die wenige Spiele... Mal wieder... Aufladen muss. Aber eine andere Generation... Irgendwo. An der andere... Tasten drücken. Drei Formen dann. Er soll nicht verdienen. Klass. Einmal gegen actions. Oh, Dendra. So. Amirin. also die mit dem moon okay aber schaden da ist ein schade Wäre auch gut, aber wir machen jetzt einfach die... Ja... Und... Warum wir jetzt treiben? Ja... Hier fährt... Ja, also... Ich weiß nicht... Der Akt gefällt mir gar nicht mal so gut zu machen... Aber es sieht schön aus... Ja... Ich empfehle wirklich das ganze Taufen... Egal was wir empfehlen... Ich weiß nicht... Ich weiß nicht... Ich weiß nicht... Ich weiß nicht... So leicht geht's... Ich weiß nicht... Es ist schon ein bisschen leid... Ich weiß nicht... Ich weiß nicht... Ich weiß nicht... Ja... Wird eigentlich leichter sein... Ich weiß nicht... Ich weiß nicht... Ich weiß nicht... Aber ich feinde jetzt schnell vorwärts... Ich weiß nicht... Ich weiß nicht... Aber ja, lieber einfach mal ein bisschen zufen sein, wenn wir immer noch langsamer gehen. Macht doch viel Spaß, ne? Was man sieht, hat auch etwas. Schirm. Boote. Sonst schreit er nicht im Weg. Ich möchte es ja euch optimal machen. Hm, was soll ich machen? Das kann ich nicht. Ich war auch heute. Ich habe jetzt erst seit zwei Monaten angefangen. Ich habe keine Krankheiten. Ja. Und ich freue mich eben auch wieder auf mehr Zuschauer. Ich habe jetzt gerade in den letzten drei Tagen mehr so viel Geld gehabt. Und sonst eigentlich auch nicht genügend. Wirklich hat Spaß, macht Sinn noch dazu verzeihen. Aber ich werde nicht aufhören. Also, ich habe jetzt ein gutes Internet. Ich habe einen guten PC. Ich höre jetzt eigentlich gar nicht mehr auf. Also, wenn ich etwas krank bin oder so, dann schaue ich einfach, was ich das machen kann mit der Krankheit und so. Zum Beispiel Asma oder Diabetes. Oder einfach nicht schlafen können. Oder manchmal, wenn ich das eine Klappe habe. Und es dauert halt eh. Und das ist ja Passiv dann noch. Und das ist eine Klappe. Und das ist ein Spielspiel. Und das ist ein Spielspiel. Das ist ein Spielspiel. Und dann alles aus dem Spiel genommen werden. Habe ich nicht versagiert. Ich finde irgendwie diese Sichle. Keine Ahnung was jetzt gerade gut macht. Aber einfach der Schaden, den ich so verhandeln muss. Ich verstehe. Ah, ich verstehe. Na und die dann ist er. Fucker. Oh. Weil sie so viel Leben haben müssen. Ähm, es bringt einfach ein bisschen Ablenkung. So an. So ein Dirt angezeigt. Das. Ziehen auch mal. Ja, wenn ich Dirt sage, das ist natürlich Schweizer Dirt. So ein Dirt angezeigt. So ein Dirt angezeigt. So. Das ist wirklich Dirt. Die Engel. So. 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 Tempel Eile sind riesig Gungeling roots Das eng Gungeling Ding pflanzen Gutes Gutes sind ja die Ehm Dranken Oder die Swine-Dranken Gutes 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 Sehr gut 3 Tempel Ok, wenn es noch spannende Zäule Ja, ich muss fangen So, 12 von 15 waren es Weg noch Noch ein bisschen Weiß nicht Image Weiß nicht Image Jetzt spawnen einfach items Jetzt haben wir 5 nochmals getötet Ah, die da Ja, Strendits Ok, einfach die Menschen Was machen denn die? Machen die irgendwas? Komische Bewegungen Ok, jetzt sind wir fertig Das geht's Im nächsten Fall Machen Item Im Bluffler rufen Und dann kommt der neue Acht Den möchte ich noch machen Ach, wer kommt Ach, wer kommt Ach, wer kommt Also Sorge Ja Jo Prima Also Hier kann ich Geheben Dann noch ein Speedpunkt Ja, die Ereignisse sind mir ein bisschen Feinig Ja, die Ereignisse sind mir ein bisschen Ein Verlust Ein Verlust Zwei im Trink Ich habe zwei Mal Aber Helfe ist halt auch sehr ok Also die Helfe haben Die Helfe ... So, also jetzt machen wir schon recht viel an mit den Weims. Das ist schon heftig. Gut, bei diesem Terminal weiß ich nicht. Gar nichts besser. Ah, hier wegen der... ... 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 Aber das kann ich ja auch. Auch ein... Okay, hier müssen wir. Wahrscheinlich auch ein bisschen zu pasken. Okay. Geil. Wiegt. Geil, aber... Ja, dass du so da bist. Ähm... Sieg. Wir auch nicht. Jetzt werden wir gerade hier hoch. Kommen wir dann mal hier rechts. Okay, wir müssen kleinbar losgehen. Gehen wir unten. Gehen wir unten. Evacuiert sich. Kommen wir unten. Kommen wir unten. Ich weiß nicht. 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 Genau. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Und die ca. Ich denke, ich glaube, der aus Ich denke, wir können starten, aber da Ok, ja Puffy Posturing haben wir Ich denke, wir haben Oh, Andrew Ich bin Okay, die haben dann auch noch ein bisschen geblüht. Jetzt dauert es halt noch ein bisschen. Brandwaffen kann ich vielleicht gebrauchen. So, und hier sind wir fertig. Ich weiß nicht wie oft die sterben, aber ich glaube nicht so oft. Aber die werden dann einfach... Da ist es. Die ist ab. Hier noch. Hm. Warte, das wäre jetzt gerade der Winter. Okay, hier geht's schon. Nächster Gebiet. Hm. Vielleicht jetzt schon ein paar Atmen. Alles klar. Okay. Um, das ist ein Tempelged. Ich habe ja, dann. Das ist ein Tempel. Mach 싱 mightier. Okay, Aten. Achter haben. Sooo... Ich kann es wieder fühlen. Ah, aber nicht so. Nur wenn ihr wirklich eine Ipole habt Eigentlich haben wir auch weh Kannst ja mal machen Farm Absent Ja mit dem Ich zu Farmen bringen So ja Locked Ok sehr viel X-Win Legendary Items kommen ja auch mit dem neuen Legendary Und wir sind schon zählen Nein Also es gibt den 10 bezüglich Nimm einen Konzept Ähm Welch klar nicht Hä Und ...für den... ...meisst das... ...einen... ...Sentinen, ja... Ah nein, ich würde den Sentinen für den Roboer... ...au... ...so... ...auch nicht cool, auch zu hacken... ...damage... ...und... ...wo... ...neine Messer... ...gutes Spiel... ...dann hatte ich vielleicht wieder... ...die es zuerst anhebt... ...einmal was... ...deich drauf... ...kars... ...dass... ...iinsen... ...iinsen... ...zau... ...kars... ...iinsen... ...is aber schön... Wenn ich da, mit dem... ... ... ... ... Ich hab mir die Füße getroffen. Ich finde den Strafmuskel, das ist gut. Tornado. Aber jetzt müssen wir glaube ich schieben. Verdammt. Stone, ich gehe als nächstes nicht. Stone. Rest hier. So. Die Gegner machen auch noch sehr. Das ist ja ein Wasserquart, aber alle Gegner. Falsch. Kult. Kulten. Kulten. Kulten, warte Damage. Wer da. Der Anglisch sollte fast. Ja, warte Damage. Ich habe das Wurzeln. Und dann. Damage. 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 Das Tropen hat für ihr zu gehalten. Ich muss mal nachchecken. Genau. Oh. Gar nicht. Wir haben den anfangs eigentlich sicher. Hatte ich ja einen Wolfgabe. Ähm. Mastern. Eigentlich. Oh. Hatte ich ja einen Wolfgabe. Ähm. Einen Feuerball. Oh Gott. Dann. Auch noch. Der stark ist. Ja. So. Tanktum. Können wir es nicht noch versiegen? Aber haben wir hier. Okay. So mache ich mal. Ich gehe weiter. Ich gehe weiter. Weil ich muss jetzt. Was machen. Weil ich jetzt gerade erst. Ich habe noch. Ja. Mach ich lange bleibt. Das ist nicht in Ordnung. Okay. Okay, ist es halt einfach. So, dann gehen wir direkt weiter. Kommt noch einer? Oder direkt, äh... Gargleichten. Ja, so, mach ich ein paar. Ja, ist gargleichten, aber... Aber da wird nicht so lange dauern. Komm! Hilf dich! Ja, Mann. Aua, das war... Aua! Weiss, ich kenn ihn noch gar nicht. Oh! Okay. Noch mehr Weins. Wow! Wie viel Weins. Sonnengeknirscht. Okay. 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 Und er... Fun. Hm. ... 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 Nein, ich will gestunnt werden, wenn man nur Stunnen ein bisschen reduzieren will. Ich hoffe, er macht das, äh, sehr wenden. So jetzt. Wie zu viele Weins. Oh, der Kampf war ja mega easy. Die Geschichte ist mir stark geworden. Mann, ich habe eigentlich nicht zu mega OP Beats gerne. Okay, jetzt kommt der neue Akt scheinbar. Wem gehen wir jetzt? Bleib rein. Nein. Ich will nicht sein. Ich will nicht sein. Ich will nicht helfen. Aber ich weiß es nicht. Okay, wir kommen einfach am Hafen. Timo, genau. Ja. Ich will nicht. Jetzt ist es noch nicht. Ich weiß es. So, bedanke mich fürs Zusehen bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.